Wir waren heute für ein Theater, das in zwei Jahren erneuert wurde, also endlich umgekehrt wurde. Genau, denn Ben und Sven waren auf der Overtur an die Flottpille gedreint. Ein Theater zu ist. Ein Satz, auf dem wir alle guten immer zwei Jahre gewohnt haben und halten auf wird, als es so weit ist. Wir sind hierher und haben einen großen, schönen, modernen und technisch performanten Theater. Während der letzten zwei Jahre war den Aschertheater zu Lolling an einem Theaterzelt innebricht. Wir sind zurück aus dem Alen, mit dem frisch renovierten Gebäude auf der Brillplatz. Der 8. Januar wird der Saal endlich nächst gefüllt für die feuerliche Wiedereröffnung und die Präsenz vom Grand Ducori in Singapur. Eine bessere Sicherheit für die Bühnenhörer, für die Artisten und auch für die Publik. Erlaubt er das Spektrum von der kulturellen Hoffnung zu vergrößern und mehr Raum zu schaffen für die Kreativität und Innovation. Von dieser Renovation wird der Publik nach können ja zehn Jahre profitieren. Analog kann er wirklich sein, denn Aschertheater ist fertig. Bühnen und der Publik stehen an einer idealen Relation zu nehmen. Sie wird die richtige Mose für geschwärten Theater, Kläng-Danzformen und Kammerpuppe. Es geht aber nur darum, dieses neu renovierten Theater mit Leuven zu erfüllen, auch bei verklängerten Budgetern. Für die Seance Akademik, den neuen mit Leuven zu erfüllen, wird die Charles Müller der Lisa Monte Dance Company von New York auf die neue Ascherthebühne gelöten. Musik Zum Schluss in Altredo-Europa gefurde gehen und konnten die neue Bühnen mit ihrem ganzen Anfang entdecken. Musik Zum Schluss in Altredo-Europa gefurde gehen und werden mit Leuven 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 mit Leuven. Musik 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 Musik